3 2 1 Willkommen zurück bei Far Cry 3. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ist meine Munition voll? Ja. Ähm, wo ist der Ausgang? Hier. Was haben wir? Hier ist noch eine Messermission. Ich schau mal direkt mal an. Töten Sie den Piraten, der sich in einer nahen Hütte verschanzt hat. Mit einem Messer. Ok. Gucken wir doch direkt mal, wo das ist. Ach, ok. War nicht so weit. Oh, hier ist ein Meer. Es sind auch wieder ein paar Kollegen gleich am Start von ihm. So. Ok, da oben hockt er. Nein, das wollte ich nicht. Scharfschützengewehr. Ah. 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 Scharfschützen hier oben ausschalten. Hier, jetzt wird er Panik bekommen. Ah. Hier, gleich mal den Nächsten noch. Ah. Haben die mich schon gesehen. Ok. Die sind auf jeden Fall alarmiert. nicht so recht ein baum dazwischen hier muss irgendwas dazwischen sein scheiße Okay, G-Seed. die sehen mich echt nicht okay geil kann ich ja noch mal auf die scharfe schütz so aber der steht da hinten still ich sehe ihn nicht verdammt ist hier hinter dem stein scheiße scheiße guckt sein kopf so geht auch flinkt auch gott wird er daneben ich bin echt nicht gut mit dem scharfschützen gewehr ok wieso steht er noch ist er entdeckung ah ja scheiße ok so und jetzt muss ich den kollegen mit messer hier vornehmen oh gott wir waren nahezu tot jetzt gehen wir erstmal looten hier ganzen kollegen brieftasche voll wollte mich verarschen ah nein gibt es da nicht scheiße müssen wir mal ganz kurz schnellreise machen erst mal das ding markieren hier schnellreise schnellreise war das a a a dreck nicht haben wir so haufen geld jetzt auch noch 6000 munition auffüllen kann ich karten kaufen gesperrt 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 ok einzigartige waffen kommen dann kaufen wir uns die bull so verkaufen alles schnell jetzt haben wir zumindest wieder platz in der brieftasche so laufen schnell hin vielleicht ist ja noch der loot da hoffe ich zumindest dass nicht die ganzen leichen schon weg sind scheiße amana keys haben schon alles geplündert hier ja ja citra citra ist eine gute wie sieht es hier aus ist ja noch eine kiste habt ihr schon mitgenommen oder mein bruder oder ja ja oder am arsch ja ich bin dein freund und ja gut dann halt hier war da noch ein grünes blatt da hinten der ist so weit weg ja doch nicht weit weg habt ihr noch einen anderen gesehen da hinten der oder ich sehe nur den ja ist doch gut schauen wir mal was haben wir noch so direkt hier in der nähe loot kiste pistolen herausforderung ob wir mal alte minen kommen das klingt doch lustig ich könnte vielleicht fahrzeuge brauchen moment was habe ich eigentlich vor waffen das maschinengewehr vielleicht sollte ich doch die bull noch ausrüsten ich weiße war renner 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 scheiße mit denen ist nicht zu scherzen waran bist du weg ok geil hier steht nachher gleich ein auto ich möchte gern einzigartige waffen ausrüsten und zwar nach hier unten akzeptieren zurück geil ok haben wir geht es hier raus ja das war die kleine die ist ich kann zerstören damit wenn der umsicht fällt rum 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 oh äh sind das zwei piraten ja so zwei piraten weniger oh oh moment bleib mal stehen bleib stehen ich sehe hier ist noch eine andere mission rotkreuz mission das heißt liefern von arzneimitteln das macht immer von daher kollege du warst wo der original kurier grüner poker chip und ein dollar ok wir bringen die medizin ans ziel bringt das fahrzeug samt geladener medizinische ausrüstung zum markierungsfackel bevor die zeit abläuft wow eine minute nur oh geil 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 hier ist mein auto geparkt super 40 sekunden noch ok bequem geschaffen ich habe achten sekunden bequem geschafft hier gibt es noch was zu looten sonst noch was interessantes hier nein davon ist ein paar ziegen fertigkeitspunkt erhalten auch schön wo sind wir hier sieht doch mal hübsch aus wer kocht was deine freundin was ist das drüben scheint ein relikt zu sein ach nein da müssen wir sogar nachher hin okay wenn wir hier lang gehen da könnte ich hier noch ein relikt aufsammeln stellt sich mir nur die frage wie komme ich jetzt da runter ich bin weg dank wo fängt der weg an ab droht schön wetter droht keine ahnung heißt das so klang wie irgend tier seid ihr guter geht zu den reisen nein 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 o gott bin ich jetzt auf dem weg der nach unten geht sieht noch nichts so richtig danach aus